Nein, das ist ja ein Drops 277. Ich gehe mal aus der Gefahrenzone. Ein Drops Spezial, Ratschale, drei Kilo leer. Mal gleich fragen, was Dennis geladen hat. Wir haben ungefähr 30 kmh Wind vor dem Berg. So, Dennis macht Landeanflug. Das ist ja ein Drops. Hier ist ja ein Rad. So, ich gehe mal aus. Ich gehe mal aus. Hier ist ja ein Rad.